Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie wirkt die kosmische Energie auf unseren Finanzen heute am 15. August 2017? Nicht besonders gut. Es ist Stillstand. Es kann sogar sein, dass wir heute eher Verlust haben. Oder wir kaufen etwas, was wir später bereuen oder ist es viel zu teuer. Heute etwas starten, was Gewinn bringen soll, führt zu Verlust. Es ist nicht der richtige Augenblick. Ein Termin ausmachen im Ämtern wie Finanzamt, Steuerberater oder Banken sind auch Missverständnisse. Da es ist sehr schwierig heute ein klärendes, vernünftiges Gespräch zu führen oder einen Termin bekommen. Und das macht nur wütend. Also lieber ab morgen handeln, weil dann kommt etwas in Bewegung, kommt etwas im Fluss. Was heutigen Tag nützen können, dass wir einen Rückblick haben auf die schriftliche Sache oder auf die Finanzen. Jetzt mal die Büro aufräumen. Meine heutige Finanzenergie und wenn jemand Interesse hat, das von mir berechnen, ganz persönlich maßgeschnitten. Unten bei der Beschreibung sind meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.